Hallo liebe Community, in der zweiten Folge unseres Birthday Countdowns entführen wir euch in die Welt der Werbefotos. Egal ob für Presse, Kataloge, Webseiten oder Kampagnen, um Quavitracks im besten Licht zu präsentieren, brauchen wir immer schöne Fotos. Fotos mit Menschen machen am meisten Spaß, sind aber nicht einfach, weil man den Spaß und die Freude mit einem Klick einfangen muss. Auf Knopfdruck zu lächeln und dann noch Anweisungen befolgen, ist auch nicht ohne. Vor allem, wenn es das Model zehnmal machen muss und dann auch noch viele Menschen am Set mitwirken und zuschauen. Am besten geht's mit Musik und vielen Späßen. Meistens machen wir auch ein Shooting, während wir ein Clip drehen. So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wichtig ist, dass Fotos immer zum Produkt passen – auch die Emotionen, die rübergebracht werden sollen. Zum Glück fällt das bei Quavitracks gar nicht so schwer, weil eigentlich jedes Model vor der Kamera großen Spaß am Bauen hat. Das freut uns am meisten. Ihr wollt noch mehr Eindrücke und Inspirationen rund um Quavitracks? Dann abonniert unseren Kanal und seid immer up to date!